Nach der Schicht von Münze, ich habe gerade deinen Stream entdeckt. Na? Komm noch ein Skater. Uuuuuh, du Isar, ich habe wieder. Ich habe wieder. Geil. GambleGangstaTV, Dankeschön fürs Followen, Bro. Danksidious. Wird echt freuen, wenn du auch ein Follow da lässt. So, jetzt starten wir mal die Freispiele auf dem 3er Einsatz. Udi ins Gamble. Ja, mit dem Win, ich bin mein Leben zurück. Komm schon. So, dann kommt sich der Pimli, Udi läuft hier oben mit dem Rollator. So, dann muss ich erst mal hoch, sauber. So, was geht mir? Ich bin gestern doch mit Torxofon. Seid schon bezahlt, Udi, wir sind Familie oder was ähnliches. I don't know. Servus, good luck. Dankeschön, Bro. Grüß dich, danke fürs Glückwünschen. Endlich, endlich. Adry, schauen wir mal. Oh, die Queens durchgezogen. Fein. Jetzt wird es interessant, ja. Macht doch weiter, Menschenskiller. Das kann es doch nicht sein. Da wo die Outland, die Ars und die CanX. Und dann muss die nochmal hoch auf X6, alter. Und noch ein Brunnen rein. Ja. 400 Tage, sag mal. Na schön. Auf die schnellen mal 500er Schnapp gemacht, der Vibe Odin. Schade, dass er nicht weitergemacht hat, da. Guck mal, X6 haben die drin und macht die Connections mehr. Guck mal, da hinten, rück nach vorne, kärlich so. Und noch das. Hopp. Lass den Mandel flatteren. Zieh doch die Kars durch bis nach hinten, verdammt. Ach. Der letzte Spin. Komm schon Odin jetzt aber nach vorne. Connecte, jawoll. 9A und Ars. Sehr schön. Gasgeber. Gasgeber. Und bis nach hinten, zieh sie durch. Die Ars wenigstens. Ob schon. Ach. Gut. Gut. Noch mal ein 100er. Das haben wir mitgenommen. 16 Tage. Sauber. Sehr schön. Balance steht wieder auf 1500. Jahrhundert. Die Ars. Auch mal ein 10er.